Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ich nehme noch einen Part auf, einfach weil ich dieses Rätsel gelöst haben will. Und es ist so, wie ich mir gedacht habe. Ich habe jetzt einfach mal den Wagen hier genommen, das Gewicht darauf gepackt, jetzt ist der Weg frei und jetzt kann ich das Ding bestimmt da hinten hinschieben, sodass das nächste Gewicht darauf landet. Eigentlich total logisch. Warum nicht gleich vom letzten Mal? Ich weiß auch nicht. Perfekt. So, jetzt gehen wir wieder auf diese Seite hier. Komme ich da nochmal immer hoch. Ja, dann gehe ich einfach hier in die Mitte. Und dann nach links rüber. Ne, ich bin glaube ich viel zu... Ne, das ist voll falsch hier. Da will ich hin. So, und dann nochmal dranhängen. Und dann müsste es eigentlich gehen. Wenn man das dann fixiert hätte. Ja, schön. Ja, toll. Du kannst es auch da jetzt ranziehen. Dingsen. Ja. Es hätte jetzt eigentlich noch weiter da sein müssen. Hat nicht geklappt. Aber das Gewicht bleibt oben. Faszinierend. Faszinierend. Müsste das jetzt aber nicht eigentlich ganz oben sein. Und weil ich das nicht gemacht habe, hat das nicht so gut geklappt. Hm. Ähm. Bin irritiert. War das nicht sonst immer komplett schon? Wunderbar. Wunderbar. So, schieb den mal nochmal dahin. So. Du bist ja da drauf. Wunderbar. Du bist da auch dran gezogen. Ist auch alles richtig so. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Ach ja, es ist schon schön hier, du. Schön. Das war der Plan. Da. Hoffentlich ist die Leiter stabiler, als sie aussieht. Yay. Okay, also. Jetzt ist sie wirklich oben. Weil irgendwie das Seil war ja vorhin nicht dran. Und jetzt müssen wir eigentlich da hinkommen. an unseren, an unser geliebtes Grab. Ja, aber kann ich hier einfach überhaupt hin? Oder? Ich habe ein bisschen Angst, hier rüber zu springen. Schaffst du doch, oder? Ja. Juhu. Gott sei Dank. Ich muss einen Ausgang finden. Ja. Fähigkeitspunkt. Grab abgeschlossen. Ja, ich glaube, du brauchst da gar keinen Ausgang groß finden, weil den hatten wir das letzte Mal schon gefunden. Und das ist alles für diese Geschichte jetzt. Ja, nimm das Gift mit. Nimm das mit. Das haben wir eingeschlagen gehabt. Da ist der Ausgang. Und dann gehen wir raus. Juhu. Okay. Ja. Abfahrt. So, wo geht es jetzt überhaupt hin? Wenn ich mal fragen darf. So, da ist ja unser Lager. Eigentlich wäre es ja ganz cool gewesen. Aber, wo wir noch nicht waren, war diese Krypta hier. Da möchte ich eigentlich auch hin. Also sind wir da eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Ich glaube, du musst da noch mal ein bisschen, oder? Vielleicht ein bisschen höher klettern. Okay. Das geht nicht. Das ist ein bisschen kompliziert hier. Und tot. Ja, ja. Okay. Die Lara. Mal wieder gestorben. Ach. Wie oft die schon gestorben wäre eigentlich bei mir. Dann die wäre gar nicht... Also, die hätte all die Abenteuer danach gar nicht erlebt. Bei mir. Schön, dass ich auch jetzt hier wieder bin. Das ist auch großartig. Hey. Du. Wo ist der Käfer? Okay, den Käfer haben sie mir nicht nochmal gegeben. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Hey. So. Hier wieder rüber. Aber vielleicht... Nee. Ich soll schon da hoch, ne? Ja, ja. Aber das schafft sie doch da gar nicht rüber. Ich sterbe gleich wieder. Ich habe Angst hier. Ich habe Angst, um mich zu schaffen. Okay, hat sie jetzt aber. Ganz knapp aber nur. War ganz schön weit. So. Nein, nein, nein. Halt dich fest. Du musst dich immer so... So. So drehen, meine Liebe. Dass man das auch schaffen kann. So, das geht jetzt hier irgendwie überall so lang. Und ich... Was sieht so geil aus, ey? Okay, okay, okay. Das ist ganz schön zügig hier gerade. Hakenachst. So, war da jetzt was? Und ich habe es übersehen. Würde mich nicht wundern. Wo ist die Krypta? Die sind meistens unten. Muss ich mich da zufällig abseilen oder so? Nee, die ist irgendwie so ganz woanders, ne? Ähm... Okay, das war einfach nur so ein Nest. Aber... Nee, ich glaube, das ist schon gut, wenn wir da so wegkommen. Aber so ein Lager... Aber... Ja doch, dann wäre das Lager eigentlich besser. Das Flugzeugwrack wäre besser gerade. Aber ich weiß nicht, ob ich das von hier aus einfach so erreichen kann. Weil das war ja beim Grab. Deswegen müssen wir, glaube ich, runter. So. Blick des Richters. Herausforderungsgrab. So, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Und da ist auch unser Grab. Gehe ich jetzt da lang oder gehe ich jetzt da lang? Ich meine, wenn wir sowieso hier gerade rauskommen, dann können wir auch raus, oder? Wenn es nicht richtig ist, muss ich halt nochmal rein. In der Hoffnung, dass wir die Krypta von hier aus auch finden. Die sich ja alle rumdschungeln. Im Dschungel. Irgendwas stimmt im Ton gerade nicht. Irgendwie ist es so ganz knarzelig gerade. So. Ich möchte da hin. Richtung Überlebensversteck. Da ist irgendwo auch in der Nähe die Krypta. Und dann nehmen wir die auch direkt mit. Jetzt ist das so. So. Erstmal holen wir uns das hier. Wo ist es? Da. Davon habe ich auch schon so viele jetzt gefunden. Was sehr gut ist. Ich habe auch einen Fähigkeitspunkt gerade bekommen. Und hier ist die Krypta. Wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie schon. Machtkampf. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavalerie. Seine Falconette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arquebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavalerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luys Tagebuch. Das ist schon krass, was sie hier alles findet, was für einen Einblick sie bekommt, was hier alles schon passiert ist. Und hier haben wir wieder so eine... So eine Ziehgeschichte, okay. Aber ich dachte, das wäre jetzt mit diesem Werkzeug wieder. Ist aber gar nicht so. Ich sehe gar nichts gerade. Stockdunkel. Da kommt wieder so diese typische Shadow of the Tomb Raider Musik. So, wir quetschen uns hier durch die Skelette durch. Boah. Boah, krass. Das ist heftig hier auch. Was ist hier? Boah. Musst du mich mal umschauen. Ich habe mich gefragt, ob die Dinger da hinten jetzt auch weggegangen sind, wo die Leichen dran waren. Okay, wir gehen hier durch. Da rechts sind Sachen. Ich weiß nicht, wie wir da hinten... Wohin das wohl fährt? Ja, das schauen wir dann jetzt mal so, ne? Ist ja eine Krypto. Okay, da war eine Falle. Aber wir haben es noch bemerkt. Ganz, ganz knapp. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen. Auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Ja, genau. Ich... Ein bisschen Sicherheit wäre schön, ne? Scheiße! Alles gut, alles gut. Kein Drama. Aber das hier unten macht mir ein bisschen Sorge. Achso, ich muss noch um. Okay, ich wollte gerade sagen, wie soll ich das denn schaffen? Wenn man da nicht lang darf. Wie? Wo die hier schon wieder ist, so. Dass sie sich das auch traut, so alleine. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Verborgene Kammer in der Nähe. Ja, genau sowas suchen wir ja gerade. Wir drücken auch immer einfach wahllos irgendwelche Knöpfe. Wo ich ja an so einem Ort wie diesem hier echt Schiss hätte, ne? Können wir diese Falle irgendwie... Okay, bin ich jetzt irgendwie im Kreis gelaufen oder so? Hä? Hä, ich bin im Kreis gelaufen. Okay, auch schön. Das finde ich jetzt merkwürdig. Ich glaube, ich muss hier irgendwie links weiter. Genau, hier muss ich lang. Jacks Tagebuch wieder. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist der Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihn zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe, seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Ja, ähm, ich weiß ja leider das Ende schon. Ich hatte das ja schon erzählt im letzten Part. Huch, ähm, das ist halt echt traurig, weil die sind halt so zu dritt los und dann ist der Erste gestorben und dann der Zweite und am Ende halt leider auch der Dritte. Ja, Sünde, echt traurig. So, geht's hier vielleicht nach links? Ja, geht es. Okay, hier müssen wir lang. Oh Gott, Herzenfach. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Na, hoffentlich eine Belohnung für den Schock am Abend. Yeah, Überrest der Abendsternstiefel. Ach, das ist schön. Ja, wahrscheinlich durch diesen komischen Spalt da, weil da oben können wir ja nicht mehr lang. Ist hier noch irgendwas? Wenn hier noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Gut, dann nehmen wir den Spalt. Das ist cool mit diesem Federoutfit. Das nehmen wir noch mit, das Gold. Bin auch froh, wenn wir wieder so ein bisschen draußen sind und nicht nur in gruseligen Krypten rumkreuchen. Da atmet man doch ganz gerne wieder auf. Jawohl, das sieht gut aus. Das muss der Weg nach oben sein. Dann nehmen wir den doch. War noch was hier? Ja. Ja, gut, dass wir das alles bei uns immer haben. So. Wie das jetzt wäre, wenn da jetzt halt Sackgasse ist, so. Dass sie ein Peck hat, so. Was dann? Das hat ja richtig gut geklappt, ne? Da kann ich ja direkt die ganze Runde nochmal laufen. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Richtig fail. Ich glaube, ich muss mehr aufpassen. Dumme Scheiße hier. Mano. Und nochmal jetzt mit dem Seil entlang. Und nochmal. Oder muss ich irgendwo abspringen hier zwischendurch? Nie. Komme ich ja auch nicht weiter, oder? Obwohl doch. Über die Äste. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die soll doch da lang, oder? Aber wenn ich da jetzt loslasse, dann rutsche ich da wieder. Ja, ja. Warte, 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 warte. Nee. Nein. Nein. Mann. Mann. Wie, wie, wie? Oder? Nein, das ist schon richtig so. Wir sollen da durch. Aber irgendwas da oben stimmt nicht. Vielleicht muss ich tatsächlich vom Seil aus irgendwo hinspringen. Aber das... Warum kann man dann da zurück? Vielleicht einfach nur, damit es überhaupt einen Weg zurück gibt. Also zur Krypta. Das ist doch total blöd. Ja, das führt dich nach oben. Ganz klasse, du. Und wenn wir da jetzt einfach gar nicht so weit gehen, wie gesagt... Aber dann würden die Bäume und die Äste und das alles halt gelb leuchten, wenn wir das benutzen dürften. Das denke ich schon, dass uns das angezeigt werden würde. Irgendwo... Irgendwas mache ich falsch hier. Dass ich da so runterrutsche. Ja, genau. Ich bin einfach nur nicht weit genug dahin, ne? Ich bin immer ein Stück zu... Zu weit nach unten gerutscht. Das ist richtig bescheuert. Okay, gut. Egal, wir gehen raus. Ab durch den Matsch. Aber wir wollen ja eigentlich... Müssen wir ja nur an dieser Falle wieder vorbei. Also da, wo das Rote ist, da war doch richtig. Damit wir da rauskommen. Auch schön, was ich hier mache. Hey, und da waren wir doch auch noch gar nicht. Ich will da hin. Ich will die Geheimnisse auf der Seite finden. Wie mache ich das? Kann ich dir irgendwas einkloppen? Da hin gehen. Ich will nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Da, da kann ich durch. Ah, da habe ich nämlich auch noch das Nisch gefunden gehabt, ne? Cool. Ja, nimm alles mit. Das ganze Gold mitnehmen. Sehr schön. Und ein Dokument. So, das war aber eine Archivarkarte. Was hat die uns denn Neues gezeigt? Die hat mir ein Dokument da hinten aufgezeigt. Und dieses Relikt da unten habe ich auch noch nicht. Hm. Interessant. Gut. Aber das meiste hatte ich schon. Trotzdem gut. Ohne diese Karten wüsste Lara wahrscheinlich auch auswendig. Nicht ja immer, wo was ist. Yay. Okay. Da freue ich mich. Das war die Krypta. Und das Ende des Grabs. So, wir wollen da lang. Warte. Bin ich richtig hier? Und da unten ist ja die Falle. Äh... Bin ich... Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich will raus. Ich will raus. Ich möchte da so. In die Richtung möchte ich. Bin irritiert doch. Ich bin doch richtig. Ich möchte da... Ja. Okay. Kann ich hier irgendwie... Wo muss ich lang? Das ist nicht mehr in die Richtung. Genau. Hier will ich zurück. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. An den Menschen-Skeletten, die zu doof waren. Und wir sind es nicht. Wir haben da die Falle ausgelöst. Und ja... So. Geiler Scheiß. Wirklich, äh... Ganz toll gemacht. Jedes Mal wieder unheimlich. Jedes Mal wieder so ganz beklemmend irgendwie. Na? Das war's. Mit dir? Schweini, Schweini. Schweini, Schweini. Ich glaube, wir haben sowieso alles noch voll, oder? Ich weiß es gar nicht. Nö, ich kann sogar wieder sammeln. So. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage... Äh... Nicht nur, wie komme ich dahin? Ich könnte mit euch nochmal zum Relikt laufen. Aus Spaß. Obwohl ich sowas normalerweise offline gerade mache. Einfach, weil wir es gerade können. Da hinten ist es schon. Da laufen wir hin. Dann müssen wir da bestimmt hoch. So. Dann gehen wir da oben rauf. Und dann holen wir uns das, was uns zusteht. Sextant. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem astronomischen Objekt und dem Horizont zu messen. So. Es vibriert noch nicht. Ich habe noch nicht die Fun... Da ist etwas. Da ist eine Inschrift. Für meinen Sohn Jack. Mögest du den Horizont nie aus den Augen verlieren. Oh. Das ist von dem Jack und so, von dem ich schon erzählt habe. Und er hat ja sein... Er ist dann gestorben. Und sein Sohn auch. Und das ist so traurig. Das ist so traurig. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorspielen soll. So. Nochmal, was ich da gefunden habe. Damit ihr das nochmal nachvollziehen könnt irgendwie. Ja. Wo ist denn das tolle Dokument? Das wüsste ich ja auch echt gerne. Also das ist... Haha, Lara. Der kleine Apelera. Okay. Jetzt sind wir ziemlich weit. Ach, ich kann diese Blumen einsammeln. Oh. Warte, da waren doch noch mehr von den Dingern da. Ja. Da waren auch diese blauen Blumen. Das ist eine Herausforderung. Drei von fünf schon. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, wo diese Blumen sind. Auf den Bäumen. Leute, auf den Bäumen. Vier von fünf. Okay, gut. Dann werde ich mal hier oben bleiben. Vielleicht müssen wir noch weiter Äste schwingen. Ja. Und dann... Ja. Geht doch noch was? Lara? Weiß nicht. Irgendwo fehlen uns noch welche. Irgendwo fehlen uns noch Baumblumen. Da. Und dann war es das, ne? Geil. Herausforderung abgeschlossen. Dann kriegen wir doch auch wieder Fähigkeitspunkte für, soweit ich weiß. Und... Oder auch nicht. So, das ist der Eingang zum Grab. Das weiß ich noch. Ich möchte halt eigentlich nach rechts jetzt scheinbar. Deswegen gehen wir einfach mal... Hey, lass mal ruhig los. Wir laufen mal. Wir brauchen jetzt auch keine Schweinis. Miau. Obwohl, den können wir auch noch mitnehmen, ne? Der steht da so... Der steht da so rum. So, perfekt. Ähm... Da ist das Dokument. Ja, ich weiß jetzt wieder so ein bisschen hier... Kram. So Kram, den ich halt mach. Okay, da kannst du nicht lang. Wo kannst du denn mal hoch? Da kannst du hoch. Vielleicht ist das deswegen hier auch so mauerig, weil ich da ein Dokument finden kann. Hier in diesem Spalt. Ja, gut. Hier in der Ecke. Ah. Tagebuch 4. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, Kehr zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Ach man, das ist so deprimierend. Story abgeschlossen, unbekannte Expedition 2. Ich überlege gerade immer, ob ich nochmal ein bisschen Auszüge von den anderen Tagebüchern halt euch zeige, damit ihr den Rest halt auch kennt. Ja, man weiß ja immer nicht, wenn man die Sachen findet, welcher Ausschnitt oder was man überhaupt findet, sonst würde ich natürlich nach Reihenfolge gehen. Ja, das war das Nummer 4. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle dann habe, weil ich da ja gerade irgendwas abgeschlossen habe. Und ah, okay, hier wartet noch eine Krypta auf uns, wie es aussieht. Und das werden wir uns dann auch nochmal anschauen, würde ich sagen. Ach, das reicht aber noch für diesen Part. Ich gehe dann nochmal zur nächsten Krypta hin, aber nicht den ganzen Weg mit euch zusammen, damit es ein bisschen schneller geht. So, da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Eingang hier im Westen. Peruanischer Dschungel immer noch. Da wartet die nächste Krypta auf uns und die werden wir doch so gleich mal einreißen. Und den Weg finden. Und ja, es ist sehr, sehr dunkel. Ich habe auch gerade eben beim Lager unsere neue Outfit-Dings erstellt. Hier ist wieder etwas. Grabmarkierung. Hier ruht Raleigh Rimmel, ein Freund. 1925. Oh, das ist so traurig. Was steht denn da noch mehr? Warte, ich muss es ein bisschen finden. Es vibriert dann stärker. Ein bisschen vibriert es schon, aber jetzt. Warte. Vorsicht vor den Fallen. Oh, okay. Vielen Dank für die Warnung. Raleigh Rimmel. Ach man, deren Freund, die sind alles zusammen los und keiner hat es geschafft. Story abgeschlossen. Unbekannte Expedition. Ja. Ja. Bin ich jetzt wieder raus? Oder bin ich rein? Bin ich doof? Oh, ich laufe gerade wieder raus. Das war nicht so schlau. Ja, ich war noch vertieft in meine Trauer. Ach man. Vorsicht vor den Fallen. Dann sollten wir uns das mal zu Herzen nehmen. Nur, dass ich halt kaum was sehe. Hier war seit Jahren keiner mehr. Nee. Wie meistens irgendwie da, wo du bist. Mögeri mag die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. So, das können wir, glaube ich, einreißen. Das machen wir mal. Aber wer baut das denn da auch immer so zu? Aber gut, das sind ja auch Gräber, ne? Eigentlich soll da ja wahrscheinlich gar keiner immer einfach hin. Wir machen das nur immer so. So, Vorsicht vor den Fallen. Die sind ja hier. So, schön. Ich sehe gar nichts gerade. So. Hm. Okay. Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Warum wird da ein Loch in den Schädel gebohrt? Das ist alles voll eklig. Aber, äh, ich weiß es halt auch nicht. So, dann geh mal da durch. Ich geh da einfach nur hin, weil es hell ist, aber ich hab grad keine Ahnung, ob ich grad zurückgehe. Nee, ich geh nicht zurück. Okay, ich kann hier was drücken. Wird schon stimmen? Ich denke, da geht's aus. Aha, ach so. Jetzt hab ich den Ausgang gefunden. Ist ja auch schön. Noch nicht mal den Eingang gefunden. Das wird wohl das hier sein. Oh, das ist so krass einfach gemacht. So, wow, wow. Einfach nur wow. Wir und unsere Krypten hier, die wir abgrasen dürfen. Ähm. Ich möchte nicht raus. Ich frag mich nur, wo ich lang kann. Weil ich nicht so viel sehe, wie gesagt. Kannst du da an der Seite vielleicht... Na? Sah aber so aus. Kannst du vielleicht noch hoch? Dich da festhalten? Hä? Das sieht aber voll so aus. Okay. Da also auch nicht. Da kann ich. Alles klar. So. Kannst du da rüber? Wahrscheinlich nicht. Ich hab einen neuen Ort entdeckt, weil ich da rumgejumpt bin. Äh. Okay, gut, um zu wissen, dass sie wo lang springt, wo ich es noch nicht mal entdecken kann. Richtig. Kann ich noch einen höher? Nein. Okay. Ja, okay. Das hat nicht geklappt. Dann machen wir es nochmal nach rechts. Ich sehe nämlich nichts. Vielleicht nochmal nach rechts. Geht das da hin? Ja. Okay, sehr gut. Und da dann hoch. Alles klar. Sehr schön. So, da ist eine Falle. Scheiße. Ja, alles gut. Wie jedes Mal schaffen wir es schon. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Krieg mal da unten durch. Frag mich, ob ihr hinterher mehr seht als ich, aber hm. Oh, warte. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße. Ich muss weiter. Also. Immer doch noch einen höher. Immer höher hinau. Okay. Nein. So. Jetzt bin ich aber endlich da. Sehr gut. Unsere Fähigkeitsbelohnung wartet. Überreste Abendsterns Umhang. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war das zweite vom Outfit. Was ist denn da? Da kommen wir doch bestimmt raus. Und was ist aber, wenn ich da mich an dieses Gewicht hänge? Was ist dann? Oder ist da noch irgendwas Verborgenes, von dem ich nichts weiß? Wir können ja wieder zurück, aber... Notiert mich gerade. Ah. Noch ein paar Schätze einsammeln. Aber du findest noch was. Löse Geld für einen König. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen dreimal sechs Ellen großen Raum voller Gold und das doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen zwei Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus. Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru. Von Ocho Archivis. Noch mehr Geschichtswissen. Ja. Und ich weiß immer gar nicht, was ich dazu alles sagen soll. Aber es ist einfach schön zu hören. Es ist toll, wie sie es vorliest. Es ist interessant, was da steht. Es ist einfach mehr Hintergrundwüssen. Das war richtig schlau von mir. Ich frage mich, wo ich jetzt auch wieder bin. Ah, ich bin wieder hier. Okay. Und wahrscheinlich kann ich es nicht nochmal einsammeln, was gut ist. Das war auch so schlau von mir, echt. Ja, gut. Okay, er hat es wunderbar abgespeichert. Finde ich auch sehr lobenswert an diesem Spiel. Das ist halt wirklich gut gespeichert an den Stellen. War jetzt auch nur blöd von mir. Wolle, und jetzt können wir raus. Sogar ein bisschen schneller rennen. Die Dokumente wurden mir an der Stelle übrigens gar nicht angezeigt. Richtig komisch. Weil man ja eigentlich gar nicht wüsste dann, dass da noch welche sind. Aber egal. Ich hoffe, wir haben hier alles eingesammelt. Frage mich, wie viel Prozent wir des Spiels jetzt geschafft haben mittlerweile, dadurch, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Ich werde an der Stelle auf jeden Fall einen Cut machen an diesem wunderbaren Ort hier, wo unser Flugzeugabsturz war. Und ja, dann können wir uns mal, oder ich werde mal gucken, was wir hier von der Karte her dann noch nicht gemacht haben. Welches Grab denn jetzt zum Beispiel noch fehlt, ist fraglich. Wir haben sehr, sehr viel jetzt schon geschafft. Sehe ich hier irgendwas noch. Ich sehe noch ein Dokument, was auf mich irgendwie wartet. Ich glaube, ich weiß nicht. Das sieht so aus, es wäre da noch ein Dokument. Dann noch die eine oder andere Herausforderung hier. Froschtotems muss ich herunterziehen und Quipus herunterholen. Ich glaube, wir haben auch hier in der Nähe noch irgendwas, ne? Bei der Schädelhöhle. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Da ist auf jeden Fall noch ein Relikt. Das würde ich aber auch wirklich machen, wenn wir dann soweit sind. Ansonsten würde ich vorher noch mal hier diese Dokumente einsammeln. Wenn ich es dagegen habe, dann offline. Genauso wie dieses Reliktchen hier. Haben wir damit jetzt eigentlich alle Gräber? Falls nicht, dann schalte ich das nächste Mal zu dem nächsten Grab wieder ein. Die eine oder andere Schatztruhe sehe ich schon, muss noch geholt werden. Aber wie gesagt, das ist alles machbar. Offline noch ein bisschen schneller, als wenn wir hier so Krypten und Gräber, wo ich die Rätsel lösen muss. Aber wir haben uns richtig gut durchgeschlagen, Leute. Oder ich hoffe oder wünsche mir natürlich, dass ihr hier bis hierhin geschaut habt, euch es noch Spaß gemacht hat. Und ja, falls noch irgendwas ist, sagt Bescheid. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider. Leute, freue ich mich drauf. Dann geht es mit dem Hauptquest weiter. Das waren ja zwei, super oder nein, drei Parts, Krypten und Gräber, die uns noch fehlten. Wie gesagt, wenn noch was fehlt, im nächsten Part dann direkt am Anfang. Und dann sind wir gut vorbereitet für die letzten Aufgaben von Shadow of the Tomb Raider. Und dann ist das Spiel leider schon vorbei. Ich hoffe, ihr seid dann auch noch mit dabei. Bis zum Schluss würde ich mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.